Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Let's go! Lasst uns loslegen, weil wir haben wieder mal was Tolles vor. Willkommen zu Let's Play Together GTA 5 Flugzeug in Führung. Na fetten Passagiermaschine werden wir heute mal richtig schon fett klauen, Alter. Wird mal schon mal den Piloten rausschmeißen und die Passagiere, ja, die werden wir dann alle hinrichten, sozusagen. Bevor wir das tun, aber erstmal der Basejump. Spring raus, Trevor. So, da unten ist irgendwo unser Ziel, da müssen wir hin. Ich weiß aber noch nicht genau, welche Passagiermaschine wir müssen. Warte, ich hoffe, ich bekomme jetzt noch keinen Fahndungsstern, weil wir müssen das natürlich professionell machen. Da unten sehe ich zwei rote Punkte, kann aber nicht die Polizei sein. Was macht denn die Polizei schon hier? So, hier landen wir jetzt mal. Frech. Aua. So, schnell mal da rüber. So. Tor, aufgehen, bitte. Ja, wunderbar. So. Passagiermaschine. Wo stürzen wir die hin? Ich habe schon eine geile, einen geilen Ort, wo wir das Ding abstürzen lassen. Aber, wie es aussieht, machen die Bullen wieder eins. Ach, die Bullen. Die Bullen, Leute. Die Bullen. Ich sag's euch. Guck mal, da hebt gleich eine ab. Uiuiuiuiui. Das ist nur eine Maschine hier. So, die Bullen haben's. Die Bullen haben überhaupt keinen Lahn. What the fuck, man? Was macht denn der Pilot da? Hä? Die wissen nicht mal, wo ich bin. Das ist ja geil. So. Da vorne ist unser Ziel der Begierde. Eine Boeing 4747. Vollgetankt mit Sprit. Eine absolute Waffe. Hehe. Und da ist der kleine Trevor. Äh, bitte. Oh Gott, jetzt haben sie mich. Jetzt haben die Bullen mich. Jetzt schießen die Bullen schon auf mich. Jetzt schießen sie. Jetzt kommen diese kleinen scheiß Polizeifahrzeuge, die sich nicht mal verbissen können. Mann, ey. Hau ja ab, du scheiß Bullenfahrzeug. Ich schiebe was hier. Da muss der echt aufpassen, wie das Flugzeug, das fliegt so schnell in die Luft. Abhauen. Bitte tut mir das jetzt nicht an. muss ich echt nochmal zurück hier. Deswegen diesen bescheuerten Bullen. So. Jetzt gebe ich einfach Gas. Scheiß auf Verluste. Ah. Oh, wir heben ab. Leute, wir heben ab. Oh Gott sei Dank. Die Maschine hebt ab. Das ist mal Moin Moin sagen. Moin Moin. Halt. Halt. Ich bin so gut. Frosch. So. Brauchen wir eine 360 Grad Drehung. Ich glaube, das sieht nicht so aus wie aus dem Flugbuch. Das sieht knapp aus. Das sieht sehr knapp aus. Aber wir müssen das Ding noch irgendwo reinrammen. Äh. So. Fahrwerk rein. Geschwindigkeit erhöhen. Und los geht's. Äh. Jetzt haben wir eine fette Passagiermaschine geklaut. Sie sind verboten im Luftwahrerangrück. Drehen sie ab oder sie werden abgeschossen. Aha. Abgeschossen. Wie will man so ein Ding abschießen? Seht ihr das? Eine Turbine brennt schon. Das heißt, die Turbine fällt wahrscheinlich gleich aus. Gleich mal an Höhe gewinnen. Sonst sind wir gleich tot. Uh. Da ist der Strand, Leute. Mayday, Mayday. Wir haben ein Triebwerk verloren. Wir landen nun auf dem berühmten Strand. Oh. What the fuck? No. Ey, Leute. Das war ja mal echt beschiss. Da bin ich ja schon abgestürzt. Naja. Wir haben die Passagiermaschine auf jeden Fall gekapert. Das ist ja schon mal etwas. Und der Rest, naja, ist gemacht, ja. Oh, geiles Tattoo habe ich hier am Start. Bisschen Sprengstoff. Oh, Sniper. Wo können wir denn noch einen fetten Amoklauf starten? Sniper, Sniper, Sniper. Nein. Nö. Meister proper auch nicht. Oh. Hat die mich gesehen? Oh, scheiße. Was ist denn das? Wollen die mich töten? Oh, ne. Die bösen Jungs verfolgen mich. Das hätten die aber mal vorüberlegen sollen. Fetter Schalldämpfer drauf. Oh mein Gott. Ah. Ich bin wütend. Hast du die Spezialfähigkeit von Trevor? Die ich hier gerade nutze. Fress Sprengstoff, Mann. Ich werde hier gerade verfolgt, Leute. Ich muss hier weg. Ganz schnell ins Fahrzeug rein. Bam. Ticke. Wow, wow. Bin ich schon wieder tot? Ja, toll. Trevor. Mann. Was habe ich denn falsch gemacht? Hm. So. Jetzt habe ich noch mal eine fette Krankenhausrechnung. Von ein paar tausend Dollar oder so. Wollen wir mal, was sich so tut im Posteingang von YouTube Gamescom. Nicht viel. Boah. Was war das? Sandy. Jetzt bin ich wieder in der verdammten Wüste hier. Da wurde ich ja mal auf den Hund angegriffen. Leute, das war Let's Play Together GTA 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Ciao. Mist. Ciao.